Hallo ihr Lieben, heute ist es soweit. Heute lose ich einen Gewinner aus, der dieses tolle Set gewinnt. Mit der Wolle, dem Gutschein und dem Turmbeutel. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle für eure lieben Nachrichten. Ich habe mich wirklich total gefreut über jede einzelne Nachricht von euch. Und an diejenigen, die heute nicht gewinnen, bitte seid nicht traurig. Bald gibt es bestimmt wieder ein neues Gewinnspiel von mir. Und jetzt losen wir aus. Und zwar brauche ich jetzt erstmal den Link von unserem Gewinnspiel. Den kopiere ich mir jetzt. Und dann habe ich jetzt einfach auf Google eingegeben, das sind diese Random Comment Picker. Und die suchen dann einfach, laden die ganzen Kommentare aus. Also jetzt haben wir hier so eine Seite. Und hier gebe ich jetzt einfach den Link ein vom Gewinnspiel. Und der lädt jetzt alle eure Kommentare einfach hoch. Das dauert jetzt einen Moment. So, wir haben 492 Kommentare zu diesem Video. Und wenn ich jetzt hier unten auf diesen Knopf drücke, sucht er einen Kommentar einfach aus. Und diese Person hat dann dieses tolle Paket gewonnen. Und dann drücken wir mal drauf. So, gewonnen hat die Annika Hinrichsen. Herzlichen Glückwunsch dir, Annika. Du hast dieses tolle Paket gewonnen. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist jetzt einfach mir nur noch eine E-Mail schicken mit deiner Adresse, dass ich dir das Paket einfach schnellstmöglich so schicken kann. Und allen anderen wünsche ich trotzdem noch einen schönen Abend. Und dir, lieber Annika, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, ich konnte dir damit eine Freude machen. Und wie gesagt, schick mir einfach eine E-Mail mit deiner Adresse zu. Und dann schicke ich das Paket schnellstmöglich los. Bis bald! Bis bald!